Im Besitz von Andreas Busacker und Wilhelm Holtenbrink. 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 Wilhelm Holtenbrink. Im Besitz von Andreas Busacker und Wilhelm Holtenbrink. Im Besitz von Andreas Busacker und Wilhelm Holtenbrink. Und wieder ist Johanna Klebern in den Sattel geschrieben, die hier auf dem Hof Wolkenbrief für die Ausbildung der jungen Tressurpferde verantwortlich zeichnet. Und wieder ist Johanna Kleber. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.